Hi, ich bin Vaya. Ich bin Unternehmerin, Autorin und Speakerin zum Thema emotionale Intelligenz im Business. Emotionale Intelligenz hilft mit sich und anderen besser klar zu kommen und dabei natürlich auch erfolgreicher im Business zu sein. Wenn ihr tief einsteigen wollt, dann ist es wichtig von den Leuten so viel wie möglich zu erfahren. Wer mich bucht, bekommt 32 Jahre Vertriebserfahrung, 25 Jahre Führungserfahrung und vor allem ein Füllhorn an Geschichten, die all das, was emotionale Intelligenz im Business ausmacht, so leicht nachvollziehbar macht. Wir machen jetzt ein kleines Experiment und dann seht ihr, wie die verschiedenen Persönlichkeitsmodelle, wie wir die schon am Handschlag mitunter gut erkennen können. Können wir loslegen? Dazu muss ich zuhören können, dazu muss ich das Problem verstehen können. Dazu brauche ich ein paar Skills, Techniken und eine geschulte Wahrnehmung, um zu bemerken, wann ist der Punkt da, um einzusteigen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Was ich gemacht habe, habe ich nicht beobachtet. Ich habe nur ein Seat genommen, habe meine Füße genommen, habe meine Füße genommen und habe gesagt, kannst du mir erklären, warum wir hier sitzen? Hol den Kunden ab! Die Antworten gebe ich Ihnen schon jetzt. Mehr dazu finden Sie im Angebot. Also es geht nicht nur um Schnelligkeit der Bearbeitung der Anfrage, sondern auch zu gucken, schaffe ich ein Setup, das zum Wohlfühlen einlädt. Das bedeutet, im Vertrieb vor allem zu setzen auf Partnerschaften. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Menschen in einem gewissen Emotionszustand einfach viel leistungsfähiger sind. Emotionen sind ansteckend und zwar hoch ansteckend. Und wie genau emotionale Intelligenz im Business für dich funktionieren kann, für dein Unternehmen, deine Organisation, deine Abteilung, das lass uns gerne gemeinsam herausfinden.